Hallo Leute und herzlich willkommen zum sechsten Part von Minecraft und wieder dabei ist der Lukas. Ja, wie du es immer sagst. Und wieder dabei ist, und wieder dabei ist. So, wir waren ja im letzten Part noch in der Höhle. Ich komme gerade nicht hoch. Ah doch, hier bin ich jetzt einfach. Und jetzt wollen wir wieder raus aus der Höhle. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Habe ich bloß gesehen? Nein, ich bin jetzt gerade in die Höhle. Ich glaube nicht. Ja. So. Eigentlich war genau der gleiche Tag. Soll ich nach Hause gehen? Wo geht es lang? Ich könnte sagen, da bin ich in die Höhle. Da hinten, oder? Ja. Der Weihnachtsstand. Ja. Hier ist es. Also. Ja, wir haben ja noch zwei. Ist jetzt ja nicht so. Ja, doch. So, geradeaus? Genau. Sehr gut. So. Ich komme schon auf die Höhle. Ja, ist es wirklich hier? Durch, ne? Ja. 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 Ne. Und jetzt. Bist du dir sicher, dass das hier ist? Ja. 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 Ja, doch. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, und da haben wir noch ein Vielenes. Doch, war richtig genug. Okay, also dafür kommt kein Wunschbar. So ist das schon wieder aus? Wollen wir es auch noch rein? Sonst wäre es ja... ...lämlich. Ja, klar. Das war natürlich. Ähm, ja, ich glaube, sind wir schon irgendwie richtig. Irgendwie scheint...irgendwie so halt, ne? Ja, wir springen immer weiter. Machen wir es auch. Denkst du immer so, ne? Du denkst immer so, ne? Naja, ich glaube aber, wir sind hier schon ein bisschen recht. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich finde schon wieder das besser. Ja, ich würde sagen, dann dreh dich einfach um und werden... Ja, lauf dorthin nochmal in die Richtung. Einfach geradeaus, so. Sonst sind wir mit auf. Ich weiß. Und... Jetzt hat es dann ein Bogen. Typisch. Aber wir sind ja gar nicht so im hohen... Ah, wir müssten eigentlich gucken im Wasser, wo wir Leben abgebaut haben. Und dafür sind wir dann vorbeigekommen. Ja, ich würde sagen, eigentlich sind wir ja schon... noch mal weiter dem Wasser entlang. Soll ich sagen. Hier sind nämlich noch alles lehend drin. Ach so. Na ja, dann würde ich ja etwas sagen schon. Ja, die können ja... Egal, die haben ja geschlafen die Nacht. So. Also ein Pfeil will sterben. Das war relativ viel. Dann ist sie dann... Ja, gut. Ja, also... Guck mal... Wir sollten es vermeiden, aber... Nein, nein. Wollen wir heute noch gehen? Nein, nein. Wollen wir nach rechts gucken? Wollen wir aber auch nach rechts gucken? Ja. Ähm... So. Noch nach rechts? Noch nach rechts? Also nach rechts jetzt. Ich werde rechts mal. Und jetzt springt eine Spinne halt nicht. Ja? Nein. Ja, aber witzig. Witzig? Na ja. Kommt doch mal. Ich glaube, wir waren nicht gut. Da hat eine Spinne... Ja, irgendwie ist es ein bisschen lauer, wenn sie jetzt zu finden ist. Richtig? Irgendwie... Kommt doch, der hat uns kommt und steigt ja auch mal hoch. Naja, ich glaube, wir haben einen Sitz vor Ort, ne? Ach so. Äh, äh, tu mal weiter dort... Dort schön. Ja, das finden wir immer noch. Ach so, da oben sind Kürbisse. Ne, kann doch nicht weg. Weißt du nicht? Wir sind mehr links aus der Richtung. Ja, raus. Okay. Ja, jetzt. Wenn ich erst mal sagen kann... Ach nein. Ach so. Ach so, das ist ein Spinn. Ich weiß nicht, ey. Ich muss gar nicht sagen. Oh mein Gott, Creeper. Nein. Oh mein Gott, jetzt steht jetzt Creeper vor uns im Haus. Ach, schlaf einfach. Ich hoffe, ich kann jetzt ja schlafen. Haha. Du kannst dich da. Nein. Ja, dann bring ihn auch mal. Nein. Oh ja. Ich mache erst mal solche Hausarbeiten hier. Er hat Granate, würde ich sagen, oder? Was kann ich denn? Die Granate und dann die Kürbisse. Wir haben noch mehr. Ja, ich weiß. Ich möchte durch das andere anfangen. 64er stehen. Äh, das ist ja cool. Naja, vielleicht kann man es auch nicht aufnehmen. So. Ja. Was wollen wir da noch hinzufügen? Ich muss noch ein Apfel essen wollen. Ja, genau. Essen. Er hat verrottetes Fleisch. Er ist erst mal verrottetes Fleisch, oder? Man. Ich tränke das schon wieder. Ja. Hm. Ah, das schmeckt gut. So lecker. Wow. Mir klippert. Boah. Boah. Oh mein Gott. Lukas. Was machst du? Ja, die kommen aber nicht hier runter. Ja. Ja. Aber das ist nicht so, dass wir es sind. Äh, das ist schlecht. Okay. Also, ich glaube, wir müssen langsam anfangen mit dem anzubauen. Ja, ich glaube, die kommen hier rüber rein. Nein. Also, super rein. Ja, die kommen auf jeden Fall nicht nach unten. Wenn wir irgendwas wieder hören, dann wissen wir, die sind nicht oben. Boah, hab ich alles gerade auch gegessen. Ja. Ging aber ganz gut. Ja, jetzt können wir schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Ja. Hab ich so viel. Ja. Es ist aber ab. Ich möchte aber nachts schlafen. Oh, das ist eigentlich ein Spinner. Ein Creeper. Eine, 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 ja. Du bist deutsch? Ja, bitte einmal den Creeper. Mal Creeper. Okay. Spinnenauke. Spinnenauke. Ganz ehrlich, ey. Spinnenauke. Was Besseres fällt dir nicht ein. Eisenerz, komm das Brennen. Wenn wir noch was zu bringen. Jetzt haben wir wieder recht. Oh, können wir gleich so machen. Und dann können wir so eine Glaswand da oben machen, wo die ganze Masse reingekommen sind, wenn wir so eine Glaswand machen müssen. Hm. Ja, eine Tür machen, genau. Wir brauchen ja lieber gleich eine Tür. Ja, aber dann könnten wir so eine Glaswand machen. Ja. Ja, genau so, dann. Ja. Und wir dann auch. Dann können wir eine Masse rein, außer wir springen vom Boden. Ja. Aber hier durch kommen wir ja nicht durch. Ja. Aber wir auch. Dann können wir das machen halt auch später, wenn die Tür da drinsteht. Ja. Gut, wir können uns gleich mal eine Tür vor. Mobile Walkbench. Wir können uns eigentlich auch noch eine oben bauen. Ach so. Können wir mal. Könnte nie. Ja. Ist keine Glück. Nö. Später. Ja. So. Also. Jetzt kommen wir die Tür ein. Jetzt wieder in der Tür. In der Tür. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich stehe in der Tür. Hm? Ne. Ich weiß gerade nicht was du meinst. Ne. Ich stehe in der Tür drin. Hups. Und ich kann sie zu machen. Ach so. Ja. Ah jetzt. Ja. Okay. Jetzt. So. Wie weit waren wir da hin? Ja. Wir können ja so einen Wintergarten draus machen daraus. Weißt du? So rum oder andersrum? Ja. So rum. Was? Wie rum geht ihr jetzt auch? Nach dem? Ach so. Ja. So. Ja. 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 Kann man ja nicht. Ja doch. Ehh. Ey Leute ey. Was machst du mit uns? Wir machen gar nichts. Wir machen nur die Rezepte. Ja. Klar. Ne mach ich jetzt aber nicht. Ja. Pass mal noch nicht. Das soll ja eben bloß dann so eine Verbindung zu uns dann. Blatt von gar nicht. Ja. So gut. So. Wollen wir schon mal die Betten hier hochladen? Ja. Ein Bett. Ja. Ein Bett. Ein Bett. Ja. So. Ja. Wohin? Ist mir eigentlich egal. Ich brauche das mal so hier hin. Denk ich ist ganz okay. Und dann können wir daneben noch oben und dann noch mit Ruhe und so weiter. Unten würde ich sagen kein Lebensbereich. Ja. Was machen wir denn hier? Was kommt denn hier? Wir können ja ein bisschen den Lagerraum eher mehr machen. Genau. Genau. Und den oben würde ich oben hochladen. Ja. Verlagern. Ach gut. Das ist schon mal super. Nein. Ich muss mal vier jetzt geschlagen. Die Creeper sind egal. Also wir sind ja eh gerade erst drin. Ja. Später wenn wir rausgehen können wir von oben rausgehen. zu schlagen. Auch das gleich mit oben? Ja. Würde ich machen. Abwohl ich würde eh nur unten lassen. Ja genau. Wollte ich auch gerade sagen. Wir haben noch einer da draußen. Ja. Da ist die... Ah. Da ist... Das könnten wir dann... Wir können ja unser Haus dann auch noch ein bisschen so ein Seiten ausbauen und so. So gleich daneben? Nee. Nee. Hier anlegen. Ja. In so eine Ecke und dann noch eine Truhe. Oder irgendwas. Ja. Ich würde dann noch eine... Genau. Truhe wollen wir ja alles unten machen. Ja. Von daher... Ähm ja. Ich würde sagen Ciao. Ja. Ciao.